Das Hotel Indigo Stadtstraße, Petersburg Downtown liegt in Stadtstraße, Petersburg in Florida. Die meisten Gäste des Hotel Indigo Stadtstraße, Petersburg Downtown würden das Hotel weiterempfehlen. Die weitere Empfehlungsrate liegt bei 67%. Vier Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,1 von 6 Sonnen vergeben. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig, da nur vier Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail. Service. 4,8 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wieder. Hotel allgemein. Gäste loben den guten Zustand und die Sauberkeit des Hotels. Hierfür wurden 4,6 von 6 Sonnen vergeben. Lage und Umgebung. Die Mehrzahl der Gäste bewerten das Hotel als gut gelegen. Es erhält für die Lage 4 von 6 Sonnen. Gastronomie. Das Angebot der Küche dieses Hotels entspricht den Erwartungen der Gäste und wird mit 4 von 6 Sonnen als gut bewertet. Zimmer. Akzeptable 3,7 von 6 Sonnen wurden für den Zustand der Zimmer vergeben. Sport und Unterhaltungsprogramme. Das ausbaufähige Unterhaltungs- und Sportprogramm des Hotels bewerten die Gäste mit 3 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.